Kann ich den Zug benutzen oder... Aber da hab ich glaub ich grad hinten was gesehen im Hinterraum Das sieht nicht gut aus... Das sieht nicht gut aus... Was meinst du? Ich mein den Krieger sind ja hektisch... Ach... Die Sache mit der Hexe... Ach uninteressant... Weiß ich ja schon... Okay... Ich mein wohin... Ja da hab ich... Mh... Nachdem ich sie kostet 3000 Euro... Ja... Warum ist das immer so saumäßig teuer... Als hab ich schon wieder fast die Hälfte meines Gelds verpasst... Und ich soll da nicht mal wieder speichern und die Aufnahmekosten... Hm... Keiner... Und wieder im Zugabteil... Juhu... Jetzt will man nicht schon wieder nach Zug erfahren werden... Mh... Mh... Automatis und regelt... Mh... 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 Und da kommt... Ähm... Ja aktuell, okay temv- Jurassic 2... Wo ist hier denn jetzt... Woe... Huh was'n begriffen... Ach so, meinte der jetzt mich... oder... M-M-M-M-M-M-M So, der ist in fettem Kürzer ab Ja, ein Kürzer ist gut, der meint wohl sofort Mit diesem kommen wir nach Dealing City Beteilte Schicksal oder was? Beteilte Schicksal oder irgendwas verpasst? Nächster Halt, Dealing City, steht da rum und ist Was machen wir mit dem? Gute Frage, nächste Frage Auch ich kann mich wieder bewegen, okay Gute Frage, bitte Ach, Sie sind einfach ganz still Magst du nicht mal schauen, ob sehr viel alleine klarkommt? Ja, mal jetzt gleich So, man darf das Abzeilen nicht betreten Schließlich das ist nicht warum denn nicht und nun muss auf jeden Fall zu tun nun 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 und ich will beide Teil uns das Schicksal mein Gott der Fingern zum Bauern was denn um dieses Kummer nein, nein bis später der Typ ist etwas sehr seltsam äh, mein Herz was ist los mit mir dieser Anlass ist wichtig du musst jetzt lernen mit dem Druck fertig zu werden jo puh aha nun kommen wir in Galbadia an keine Ahnung, ähm kann ich da nicht kann ich nicht rein kann ich hinten weiter gehen? Gucken wenn du mal weiterlaufen würdest so Moment 9 3 ist ich also noch mal zuokt das ganze die Lodend emanet den in der Nunde und umdrehen was geht hier Rihanna die Noa in Schrien um die Banking ist du hast eine Schlüsselposition und was sich lieber zusammen niemand versteht mich nach du bist irgendwie ein Gerlender Bock Man schafft nur das, ist immer allein. Diese einsamen Momente und die Konzentration, während man alles auf einen einzigen Schuss setzt. Äh, okay. Der Segel drückt beim Drücken die Spannung in so einem Augenblick. Du bist sehr bescheuert. Muss von nun an all das durchstehen. Ja. Ich habe, ich habe Angst. Ja. Deswegen darf ich mich nicht, ja, wenigstens jetzt ein bisschen aus zur Mutter. Wollte ich nur mal gesagt haben, der Typ ist sehr behämmert. Das muss weh getan haben, obwohl er kämpft ja auch gegen alles andere mit seinen Fäusten. Äh, die Erschütterung von eben, warum, ich wiederhole. Die Erschütterung von eben war kein Einfluss, kein Einfluss auf den Zeitraum haben. Aber die Erschütterung jetzt, wo der um den Boden gehauen hat, oder was war das? Hm. Wir fahren und fahren und fahren und fahren und fahren und fahren, wir fahren und fahren wieder in die... Was ist das für eine Stadt? Ist das, die war ja weiter Weg, wenn das die City war. Ja. Ja. Dann fährt er Zug in die Wüste ein. Das ist jetzt eine Gartenfest. Naja. Mir egal. Ich möchte eigentlich einen Shop finden, wo ich eigentlich mal meine Waffen aufrüsten kann. Ach, nö, ne? Ich hab grad schon gedacht, dass jetzt fahren die Erganslauser bis hier oben sind. Yeah. Cutscene. Wow. Coole Start. Okay. Skull, was ist? Wir werden our Skyware besuchen, er wohnt im Beamtenbezirk. Gut, offiziell Sinn. Zerstärkung für die Sicherheitskräfte hier. Vergiss das, äh, so unsere Taunung nicht. Alles klar, ähm. Ab Laguna jetzt hier ist. Gute Frage, nächste Frage. Ah ja, okay. Nur, jetzt kommt mir alles... Hat der nicht hier... ...geparkt gehabt? In seinem scheiß Auto. Jo. Jetzt war hier. Tatsache, ich pack's nicht. Okay, jetzt sind wir... Ja, jetzt sind wir hier. Und da. Hinten war das Hotel. Hm. Ja, das ist das Hotel, ist ja irgendwo. Ich war zu damals nicht hier... ... hinten weiter. Oh, aber jetzt hier? Ja, jetzt kommen wir hier hinten weiter. Oh, konnte ich damals hier hinten weiter? Oh, schiss. Oh, wo bin ich? Da bin ich. Und drüben leuchtet was. Ich möchte so ein Leuchteschild. Das ist ja momentan in einem Shop. Wo man was bauen kann. Tatsache. Moment, äh... Den haben... den hab ich schon... Stimmt... Pflegel... Ach, da unten kann ich sehen was die... Hm... Haben sie schon... Hab ich nichts... Besseres irgendwie? Hm... Scheinbar nicht... Ach, das ist doof... Ich hab gedacht, ich kann mir hier was schönes neues bauen... Mhm... Kauf... Was haben wir hier alles schönes? Ah, Zelte... Megaplemmer... Eine nochmal... Potions... No... Nein... Fünf... Phoenixfäder... Eine... Geo-Gift... Okay... Augentropfen... Einmal... Echokraut... Einmal... Wallwasser... Hm... Echokraut... Was wird das da? Egal... Egal... Ok... Hm... Hm... Da-da-da... Weiter... Hm... Hm... Wo bin ich jetzt? Ah... Wo bin ich jetzt? Egal... 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 Ich muss zum Beamtenbett sagen, wenn ich jetzt wüsste, wo das ist. Das ist schon mal etwas einfacher. Vielleicht was gerade echt nicht wo ich hin muss. 2000 Kilo halten. Was hast du denn? Was hast du denn? Oh, ich bin so schön. Ich sehe mich an, wenn du bist. Ähmhm. Mein Kampfzentrum war doch wahrscheinlich da, wo ich jetzt gerade war. Tipp ich jetzt einfach mal drauf. Woher muss ich? Hm. Ich muss in den Beamtenbezirb. Woher wird der Bus? Präsidentenpalast muss ich nicht? Na, ich bin da runter. Also das war jetzt der Bus zum Dingens. Hm. Zu Villa-Carway. Zu Villa-Carway. Zu Villa-Carway? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das sieht komisch aus mit dem Dingens hier im Vordergrund. Als wenn die beobachtet werden. Als wenn die beobachtet werden. Hm hm hm. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hm. Mehr Oberscarway plant. Ja, ein Putsch. Na, wirklich scheint es. Im Besunden zu stürzen. war noch Dehling. Und es ist jetzt gefahren. Präsidentenpalast. Nein. Ah. Ich habe mir die Probe gestellt. Einmal nehmen. Pro, was soll das denn tun? Nordöstlich von der Stadt ist das Grab an des unbekannten Königs. Wir sind dort hin und einfach auf. Wenn sie dort sind, müssen sie nur ausfindig machen. Eine Nummer wird soweit gereist. Eine komische Nummer an, die auch scheiße unser Zeitverkommen. Es kommt jeden Tag so viele Schüler an, oder es zu sehen. Gestern kam jemand von Kabbal-Gergan aus dem König, ist er noch nicht zurückgekehrt. Nordöstlich der Stadt befindet sich das Grab des Königs. Gehen sie in den Grab hinein, suchen sie eine Schere, bringen sie eine Schülernummer. Mit Erfahrung. Aha. Das Objekt, nach dem sie suchen müssen, liegt direkt am Eingang. Die Nummer steht auf, die neue Anfänger sollten von dort aus nicht weitergehen, sonst kommen sie niemals hin zurück. Ich gebe ihnen erstmal eine Karte. Eine Karte, mit dem Grab der König, können sie die Karte mit Select betrachten. Cool. Wenn sie bei geöffneteren Trägel können sie direkt ins Freie entfliehen. Cool. Äh. Versinkt aber jetzt Seed-Level. Äh. Ah, das wird fast in uns geht raus. Sprechen. Äh. Sprechen. Sprechen. Ja. Ja, das weiß ich ja. Äh, was zu wünschen. Ja, okay. Äh, ich möchte aus der Stadt raus. Gut, ich habe ja schon ein bisschen begonnen. Moment, wir kriegen ja Mietwagen. Okay.